Ich zeichne heimlich eine Fremde auf der Gamescom und eins muss ich euch vorab sagen, es gibt hier kein Part 2, die Reaktion kommt am Ende. Den ganzen Tag habe ich irgendwie gar keine Cosplayer gesehen, als ich sie dann gesehen habe, dachte ich mir, let's go. Die Frage ist aber, wer von euch kennt ihren Charakter? Ich bin eigentlich richtig erstaunt über mich selber, wie schnell ich im Zeichnen geworden bin. Umso aufgeregter war ich, ihr die Zeichnung zu übergeben. Mich erfüllen solche Aktionen einfach und ich bin happy, dass sie happy ist. Ja, wen sieht man die Tage auch auf der Gamescom.